Ey, Junge, ich versuch den heftigsten Trickshot, okay? Ich versuch hier rauf zu landen, da auf dem Sonnenschirm, und auf den... Geschafft, Digger! Ohoho, let's go! Das mach ich jetzt immer. 100 IQ Move. Jetzt mal real talk, das war sogar schneller, als wär ich... Gedingst. Da oben ist ein Gegner drin. Oh, komm ich da keinen Winkel drauf. For real, das mach ich jetzt immer. Hat ein 32er. Down. Nice. Ich hab ihn komplett geschittet, Alter, oh mein Gott. Er ist da. Komm, lass ihn einkesseln. Hat ein 18er. Hinter uns noch. Bei mir. Nein, Digger. Oh mein Gott. Hier. Gibt's denn, na? Auf Blue aber immer noch. 47er. Ey, er baut einfach nicht. Hier sind noch andere. Müssen wir schnellen Matkit drücken, sonst bin ich down. Einer lasert, kommt der lasert, Auraskin lasert. Nice. Da? Da unten ist ein Mate. Ja. Auraskin hat 100 Minus. Bitte alles. Flop ab, wieder 100 HP. Okay. Nice. Hier unten. Shieldcrack, 62er Headshot. Hab ihn. Alter, nice. Ich hab ihn komplett auseinandergenommen. Komm. Die anderen, komm. 12 of white. Keine Matze. Warte, hier, ich drop Hälfte. Drop Hälfte. Hab schon, hab schon. 174 Matz. Hab schon. Ja, okay. Wir lagen 150 oder so. Lass hin, der müsste One-Shot sein. Hab ihn. Nice. Let's go. Kannst du lasern? Ja. Okay. Nein, jetzt der Buschlaufer. Digga, dass da nichts reingeht. Die Lost, Alter. Soll ich Nate werfen? Was sind die? Shieldcrack. Warte. Lass mich, ich hab Nate. Wir haben einen Rocket Launcher. Der eine ist drin, ne? Shieldcrack auf den, äh, der heute im Shop ist. Nochmal Shieldcrack. One-Hit. Du kleiner Botnik, Alter. Nee, Digga, warum bekommst du den denn? Ich hätte den hier gebraucht. Gegner dort. Gegner. Hier direkt bei uns. Wo? 90er auf den Dynamo. Okay. Der andere ist hier. 9er. Auf Birdie. Shieldcrack. Der ist absolut Botnik. Die sind richtig kacke, beide. Ach so, warst du das? Ja. So. Wusstest nicht, dass du einen Mindgun hast. Hier drin? Shieldcrack. Ich bin auf Dynamo. Bei mir, ich bin One-Hit. Ich kann nicht fighten, ich muss mich hier. Darf ich mir einen Mad-Kit gönnen? Ja. Ab Dynamo. Sag mal, du Hilfe brauchst. Perfekt. Der andere ist lost. Der andere ist anders lost. Ja, ne, hab ich auch schon 100 Damage gegeben. Dein Sinn, doch Gegner. Nein, was machst du? Gar kein Birdie zu dem, aber egal. Wichtig für die Leben, wichtig. Ich werfe Nails rein. Die kommen gut. Das sind auf jeden Fall keine Botniks, glaube ich. Mit Heavy Sniper. Da oben. Da hinten. Hatten 27er. Deinen sind auch Gegner. Lass die pushen. Hab einen. Ah, no. Das bockt sich doch nicht, wer im 27er abstaubt. Lass da raus. Ich kann Rocket launchen. Ja, mach. Ah, ich bin runtergefallen. Rocket launchen nochmal. Ich muss nachladen. Er hat Heavy Schuss versemmelt. Liegen Rockets nochmal. Die haben High. Ich hab High. Ich bin auch High. Hab einen. Oh, der eine hat mir richtig gut gedrückt. Relativ low, aber ich komm. 31er. Oh ja, das ist echt ein 31er. Ich Rocket. Snipes auf. Ich bin im Jump Head. Ah, ich bin im Jump Head. Nein. Hat ein 29er nochmal. Ich bin hinter den. Nein. Warte, ich schieße den Boden unter ihm weg. Er ist runtergefallen. Sein Mate ist da oben drin. Schieß mal da Rocket Launcher rauf. Schieß mal da Rocket Launcher rauf. 36er auf ihn. Nice. Irgendwo links müsste noch ein Gegner sein. Ja. Da oben piekt er. Hinter den. Hinter den. Hinter den. Ah, schade. Kann er jetzt aufkommen. Oh, das war der, wo wir dachten, der wäre abgestaubt worden. Ja. Okay, jetzt wissen wir aber, wo alle sind. Schieß mal da rauf. Oh, der snipe von oben. Die fighten. Hab ihn runtergeschossen. 30er White. 30er White. White, White, 34er White. Ich reload. Ist er immer noch da drin? Ja. Der andere snipe immer noch von oben. Nochmal den anderen White. Ich move schon mal. Okay. Oh, lol. Ich bin komplett in die falsche Richtung gemoovt. Mein Digga. Einer ist gejump-paddled. Jetzt nicht alle da oben? Ja, alle sind da oben. Ich gehe für high. Kleine Kek, alter. Let's go, erfuhren. Ich habe beide mit dem Rock-Lounger getroffen. Ernsthaft. Oh mein Gott, Digga. Let's go. Let's go, alter. Let's go, alter. Let's go, alter.